So, herzlich willkommen zu Let's Play Diddy Kong Racing Adventure 2 und das wird der vorletzte Part sein mit dem letzten Trophy Race, yay! Versuchen wir uns mal an diesem... eigentlich, das muss man nicht machen, um das Spiel zu winnen es ist sozusagen ein Bonus das wir trotzdem machen werden, weil wir 100% haben wollen und das einzige Teil, was man haben muss, um 100% zu haben im Unterschied zu einem normalen Spielabschluss bringt rein gar nichts eigentlich, aber... man, ich will es haben, einfach so, fertig und alle fliegen in einer Reihe durch dieses Elektro oben durch genial meinetwegen sollen das machen, wenn sie Spaß dabei haben also echt ich habe keinen Spaß dabei, ich fliege lieber unten runter als einen Stromschock zu kriegen und bin dafür jetzt erster oder so okay noch ein Boost yay! wow! erster, das ist doch gut nioh! so, den kriegt man hab ich gekriegt hab ich gekriegt wow, und das Opo, mein Gott okay, noch ein Boost gerade so ruhig hier irgendwie nioh! ich muss anscheinend mal wieder gegen irgendeine Wand fliegen damit auch mal wieder was passiert hier aber mir ist nicht danach nein ich bleibe lieber hier vorne und setz mal ein Boost ein na, komm nein, nicht gegen den wow! okay überlebt, überlebt mit massig Abstand vom zweiten nioh! man kann durch das Ufo durchfliegen lol das wusste ich nicht naja das ist ein Geister-Ufo Spooky! ja, wie lang geht das Rennen noch? einmal kurz auf Jo gucken und ja, ist gleich Ende nioh! nioh! ja, erster, locker kein Problem kein Problem erster und zweiter ist Pipsi Pipsi Pipsi, glaube ich Pipsi Pipsi vielleicht auch Pipsi wer weiß, wer weiß aber irgendwas mit Y zum Schluss go! und jetzt fahren wir wieder Auto weil Autofahren ist cool ach, schade ich hab noch keine Banane was soll das? wollen die mich verarschen? ich hab immer noch keine ich hab eine boah nicht übertreiben bloß nicht übertreiben den hab ich abgeschossen ja, ich das habt ihr wahrscheinlich überhaupt nicht gesehen dass ich den abgeschossen hab ne, deswegen muss ich das sagen yay da fährt natürlich keiner rüber auch wenn das genau vor die Füße liege looping Kremling bleib hinten Krancha, wie auch immer yay so Banjo ziehen wir ab und den ziehen wir auch ab und wir sind zweiter hab ich kein Problem mit aber Pipsi 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 wer auch immer ist vor mir und die hat sowieso den zweiten Platz deswegen das ist meine einzige Sorge gerade aber jetzt ist die Sorge auch schon weg das ging schnell no und nur weil ich wahrscheinlich weil ich zu wenig Bananen hab deswegen hol ich mir die jetzt mal so, hier müsste es auch noch ein paar geben jo, noch eine Banane mehr gut so yeah jetzt läuft jo, komm so okay ach scheiße egal rechts, links, rechts, links, links, rechts bam so und dann fahren wir noch ein paar mal im Kreis gucken uns die schönen Pfeile an der Seite an und fahren ich fahre den looping zuerst natürlich warum wird bei mir oben als erster angezeigt ja im looping spinnt das ein bisschen warum wollen wir mich eigentlich kurz vorm Ziel allein holen na dritter nur boah naja aber bin ich jetzt überhaupt noch erster in der Gesamtwertung ich glaube nicht, oder oh, das ist blöd das ist blöd tipsi, pipsi, piepsi wie auch immer ich häng mich jetzt irgendwie ab das ist meine Chance äh meine Möglichkeit meine Option ich weiß es nicht so schon mal vier Bananen haha entweder hänge ich dich ab oder ich werde erster das ist wahrscheinlich das einfache dim 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 nio miau ich liebe, dass es hier so viele Boots gibt aber deswegen mag ich die Farben von der Strecke die ist cool, die Strecke allgemein cruncher stört mich nicht so, dass du von mir bist aber die Punkte vom ersten Platz würde ich trotzdem gerne haben deswegen tut mir leid, dass ich dich eingehört habe nio no, nein, nein, nein oh god, oh god, what the fuck irgendwie habe ich das überlebt jetzt bitte fragt mich nicht, wie ich das gemacht habe bitte nicht äh, wie hat's gemacht, weil ne, jetzt, ne ich hab's halt gemacht und noch ein Boost und dann sind wir erst da in der zweiten Runde dritte Runde das gefällt mir wir haben ein bisschen Zeit zum Hupen mir ja, fuck so ein beruhiges Fuck klingt auch immer cool so fuck richtig klingt ja wie von Dora, also ne nio und und hui und hui und zack die Wupp na, fliegen wir einfach mal draußen rum haha oh, nein, nicht Tipsi nicht du schon wieder das kann ich nicht zulassen das kann ich echt nicht zulassen gut, erster gut und Tipsi ist dritter geworden so wie ich das gesehen habe oh, das ist gut Dora ist gut Dora ist gut das ist fein haha, bin ich wieder erster an der Gesamtwertung jetzt einmal erster werden und dann sollte alles gut sein Spaceport LV ne Lenkerkette für Cruncher du dumm, 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 dum Oh, ich bin Sechster. Wann, was wird das denn hier? Hm, 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 hm. Das ist blöd, das ist blöd, das ist blöd. Wahrscheinlich wieder, weil ich den Booster auch nicht genommen hab. Fünf da, hallo, ich muss Erster werden, irgendwie. Wahrscheinlich ist Piepsi auch Erster. So, wie ich sie kenne. No. So, ausnahmsweise mal was Gutes gemacht. Okay, ich bin Zweiter, okay, das geht auch. Na, den Booster hätte ich kriegen können, kriegen sollen. Das stört mich immer noch nicht so, dass du vor mir bist. Trotzdem will ich dich nach hinten haben. Den Booster wieder nicht geholt. Wer holt mich jetzt alles ein? Oh, da bin ich ganz so gut durchgekommen. Na, zu tief, zu tief. No. Oh, no. Oh, war schnell noch Banane. Banane. Haha, der Bus war gut, der Bus war gut. Der Erste ist im Ziel und der Zweite, also ich, ich bin auch im Ziel. Und Piepsi hat, glaube ich, richtig abgekackt. Und, ich hoffe mal, Gesamtwertung Erster, sag ich mal. Oh, sie ist siebter geworden. Ah, war kackt. Ja, Erster mit vier Punkten Vorsprung. Yay. Ja, ich habe jetzt alles im Spiel, was man holen kann. Außer den finalen Boss. Und der kommt das nächste Mal. Wenn es heißt, lasst mir die Kong Racing Adventure 2. Bye, Blark.